Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Daniela und ich möchte mit dir in diesem Video das Kommutativgesetz und das Assoziativgesetz mit Punktrechnungen und Klammern bearbeiten. Fangen wir gleich damit an. Das Vertauschungsgesetz oder auch Kommutativgesetz genannt, haben wir im vorigen Video bereits bei der Addition und der Subtraktion kennengelernt. Es besagt, dass man zwei Zahlen in einer Rechnung vertauschen kann und noch immer das gleiche Ergebnis herauskommt. Wir haben herausgefunden, dass das Vertauschungsgesetz bei der Addition gilt und bei der Subtraktion nicht. Probieren wir das gleich mit einer Multiplikation aus. 4 mal 5 und 5 mal 4. 4 mal 5 ist 20. Wenn wir die Zahlen vertauschen und rechnen 5 mal 4, kommt auch 20 heraus. Das heißt, das Vertauschungsgesetz gilt bei der Multiplikation. Wir können bei der Multiplikation also immer die Reihenfolge vertauschen, ohne das Ergebnis zu verändern. Probieren wir das Ganze mit einer Division aus. 4 dividiert durch 2 und vertauscht 2 dividiert durch 4. Rechnen wir zuerst 4 dividiert durch 2 ist 2. Versuchen wir jetzt, wie bei der Multiplikation, die Zahlen zu vertauschen und rechnen 2 dividiert durch 4 ist. Hier bekommen wir keine Lösung in den natürlichen Zahlen. Das heißt, das Vertauschungsgesetz können wir bei der Division nicht verwenden. Bei der Division dürfen wir also auf keinen Fall einfach die Reihenfolge der Zahlen tauschen. Das Verbindungsgesetz oder auch Assoziativgesetz genannt, haben wir auch im vorigen Video bereits kennengelernt. Es besagt, dass man sich die Reihenfolge aussuchen kann, in der man Teilrechnungen berechnet. Wir haben herausgefunden, dass das Verbindungsgesetz bei der Addition gilt und bei der Subtraktion nicht. Probieren wir das jetzt mit einer Multiplikation aus. 2 mal 3 mal 4. Wir haben hier also zwei Multiplikationen, die in einer Rechnung aufgeschrieben sind. Wir können daraus also einzelne Teilrechnungen bzw. hier Teilprodukte bilden und entweder zuerst 2 mal 3 oder zuerst 3 mal 4 rechnen. Probieren wir es aus und rechnen zuerst 2 mal 3 ist 6 und danach 6 mal 4 ist 24. Oder wir rechnen zuerst 3 mal 4 ist 12 und erst danach 2 mal 12 ist 24. Wir sehen, uns kommt in beiden Fällen das gleiche heraus. Das heißt, bei der Multiplikation gilt das Verbindungsgesetz. Es ist bei Multiplikationen also egal, welche Teilrechnung man zuerst berechnet. Die Klammern, die ich hier gesetzt habe, zeigen wieder an, was man zusammen berechnen soll. Das haben wir ja auch schon in den beiden vorigen Videos gelernt, dass man Klammern immer zuerst bearbeiten muss. Probieren wir das Ganze mit einer Division. 18 dividiert durch 6 dividiert durch 3. Wir haben hier also wieder zwei Divisionen, die in einer Rechnung aufgeschrieben sind. Verwenden wir wieder die Schreibweise mit den Klammern, um herauszufinden, ob es egal ist, mit welcher Teilrechnung wir beginnen. Die Klammern zeigen uns wie immer an, was zusammengehört und womit wir beginnen müssen. Starten wir also mit 18 dividiert durch 6 ist 3 und 3 dividiert durch 3 ist 1. Jetzt beginnen wir mit 6 dividiert durch 3 ist 2 und 18 dividiert durch 2 ist 9. Ups, hier bekommen wir wie bei der Subtraktion nicht das gleiche Ergebnis. Es ist bei der Division also nicht egal, mit welcher Teilrechnung wir beginnen. Wir müssen immer mit der ersten beginnen. Bei der Division gilt das Verbindungsgesetz also nicht. Was wir aber wie auch schon bei der Subtraktion machen dürfen ist, wenn es in einer Rechnung mehrere Dividenden gibt, so wie bei unserer Rechnung 6 und 3, so dürfen wir diese zuerst zusammenfassen, also multiplizieren und dann das Produkt dividieren. Wie schreibt man das Ganze jetzt wieder auf? 18 dividiert durch 6 dividiert durch 3 ist gleich. Hier haben wir also unsere zwei Dividenden 6 und 3 zusammengefasst und multiplizieren diese und setzen sie in die Klammer. Jetzt rechnen wir 6 mal 3 ist 18, also 18 dividiert durch 18 ist 1. Du siehst, das ist nun richtig. Super, jetzt hast du schon das Vertauschungsgesetz und das Verbindungsgesetz bei Strichrechnungen und Punktrechnungen kennengelernt und weißt, dass Klammern immer zuerst bearbeitet werden müssen. Im nächsten Video werden wir das alles verbinden und uns die Klappustre-Regel anschauen. Bis gleich!